Tierschutz ist wichtig. Was ich wirklich nicht so gut finde und gefährlich finde, ist, dass man sich jetzt konzentriert auf Rassehundezucht und als erstes dann die Züchter kontrolliert, die habhaft sind. Und das sind nämlich die registrierten Züchter. Ich finde das sogenannte Rassenbashing nicht gut. Das Tierschutzgesetz sagt ja aus, dass die einzelnen Hunde begutachtet werden müssen. Es gibt schon Auswüchse, dass die regionalen Veterinärämter sehr, sehr, sehr überreagieren und eigentlich alles als Qualzucht annehmen, seien es die kurzen Beine beim Dackel, seien es die Größe beim Docken, seien es die Falten, obwohl sie moderat sind, beim Scharpei. Es muss noch näher definiert werden und es muss mit Verstand an die Sache herangegangen werden.